willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist dennis aka fraganstor was haben wir ja jetzt gesehen armani code profumo und armani code absolut ja wahrscheinlich eingestellt ich sage wahrscheinlich weil es ja immer so ein hin und her ist dann heißt es ja dann heißt es nein und so weiter aber wir gehen jetzt mal davon aus so wie es ausschaut wirklich das ist ja schon ein bisschen länger dass die dürfte eingestellt worden sind was ich nicht ganz verstehen kann ich werde gleich mehr zu sagen also will talk das möchte er sehr gerne und ja für alle neuen die das erst mal hier sind durch die glocke abonniert meinen kanal bleibt einfach hier ja ja armani code absolut und armani code profumo ist oder sind eingestellt worden also wer sie noch haben möchte ihr wisst ja restbestände sind oft am start auch teurer aber bitte wer so schöne waren so ein richtig geilen vanille duft für winter haben möchte und ja im herbst ist mit diesen beiden dürften wirklich sehr sehr gut aufgehoben weil das sind schon geile dürfte für den herbst und winter wie gesagt tonka bohne in cardamom und vanille und so weiter hierbei profumo und hier ist wild leder noch mit bei dafür keinen cardamom und so weiter aber wirklich geile dürfte und das ist das was ich eben überhaupt nicht verstehen kann warum solche dürfte eingestellt werden aber das ist immer mein problem was ich nicht verstehen kann warum werden gerade die guten eingestellt weil ihr könnt mir nicht erzählen bei ihnen vielleicht aber beim profumo verkaufstechnisch verkaufszahlen kann ich mir nicht vorstellen dass der schlecht gegangen ist weil das ist eigentlich mit der beliebteste und ja es ist einfach geil ich verstehe das ich kann das nicht nachvollziehen ich bin jetzt froh was zu haben war für die leute die jetzt noch nicht geholt haben denen jetzt erst kennenlernen das gibt es ja ist das ärgerlich sie sind sich sehr nah das ist natürlich so ein problem aber man merkt dass der hier ein bisschen cremiger ist und eben ein bisschen mehr vanille und wild leder eben hat also beziehungsweise leder und das ist hier nicht als cardamom richtig so gut auf die fresse mit tonka bohne und so weiter und ja also kann ich nicht ganz nachvollziehen es gibt ja viele dürfte wo ich mich manchmal frage ob die in schatten haben oder ob die irgendwelches irgendwelche lichter an glühen haben keine ahnung ich kann das nicht ganz nachvollziehen weil früher kann ich also zum beispiel relax im background von jill zander relax ist ja von davidoff dass die eingestellt worden kann ich vielleicht noch verstehen weil die wollten einfach die nicht reformulieren einfach verschlechtern dann kann ich das nachvollziehen aber ich bin der meinung da war auch schon oder da war man auch schon dran bisschen nicht in negative der ist immer noch oder hat immer noch dampf will aber nichts falsches sagen ich bin der meinung das wurde aber auch schon ein bisschen bearbeitet der natürlich nicht so lange ist er noch nicht draußen glaube ich also den haben sie noch nicht reformiert aber es geht ja nicht darum bei den kann ich wirklich vielleicht verstehen dass es die verkaufszahlen waren okay aber mein profumo begreife ich nicht ganz ich begreife es einfach nicht ganz weil das wirklich mit der beliebteste wenn ich sogar der beliebteste amani code war und verkaufszahlen ich kann mir nicht vorstellen dass die schlecht ging natürlich sind die vielleicht runtergegangen aber oder es kommt wieder sowas nehmen wir mal ganz kurz vom markt und dann lassen wir ihn neu ja die geburt ein paar jahre zu zwei jahre vielleicht die geburt von armani code profumo steht kurz bevor die rückkehr es ist guck mal wir hatten das ja jetzt auch bei rogers man intense das jetzt auch wieder zurück allerdings ist der natürlich schon eine ganze weile weg gewesen aber es ist natürlich viel dass viele geld machen wollen und so weiter aber als wenn armani das machen müsste aber es ist es ist schade ich verstehe das nicht ganz jetzt haben sie armani code das original rausgebracht neu da haben wir das wirklich nicht sicher es ist gar nicht so weit weg geholt das wahrscheinlich in paar jahren oder nicht mal ein paar jahren vielleicht ein jahr einfach nur dieser duft neu kommt einfach verbessert und die leute heiß machen und ihn komplett runter nehmen nicht eine andere version sondern einfach unternehmen einfach erst mal ja weg und ich weiß ich also inzwischen ich mache das ja jetzt nicht erst seit paar jahren sondern also ich liebe parfüm ohne ende so ihr wisst das und schon zig zig jahre lang von klein auf an das gab es aber alles früher nicht es gab ich will nicht sagen dass das wieder den satz früher war es besser obwohl naja was jetzt alles aktuell passieren wollen wir gar nicht drüber reden fakt ist nur dass das alles wirklich nicht gegeben hat weil heutzutage wird damit also ohne ende meiner meinung nach ohne ende geld gemacht und die leute auch ehrlich gesagt ein bisschen verarscht das muss man auch so wirklich sagen weil es braucht zum beispiel keiner hunderttausend flänker damit fängt schon mal an das ist alles richtig schön und gut natürlich die sollten vielleicht man darf ja nicht vergessen wenn zum beispiel eine perfumerie zum beispiel die mit den d armani code kauft die braucht platz wenn aber eine marke schon so viel flänker hat dann kannst du die nirgendwo hinstellen so das hatte ich mal gehört dann werden natürlich auch welche eingestellt aber warum gerade die guten der ist auch gut wegen den wedleder kann ich auch nicht ganz nachvollziehen aber den kann ich noch weniger nachvollziehen deswegen ich meine da kann man doch ganz andere weg nämlich das sport glaube ich der ist ja glaube ich auch schon weg sind ja einige ja gut sie wollen sich verkleinern aber ich glaube nicht dass sie sich verkleinern wollen sondern der wird also der wird definitiv wieder kommen das wird wieder hier das wollen wir hier machen ich finde das ich finde das nicht so schön ehrlich gesagt es werden ich sage euch eins ich schwöre euch es werden ganz viele folgen es wird immer mehr dass man so ein business macht jedenfalls im designer bereich und das kann ich nicht ganz nachvollziehen und das ding ist auch dass sie sich sie hängen ja schon so hinterher hinter den ich ich sage das ja in meinen ich habe das irgendwann jetzt vor paar wochen mein video gesagt dass die nischen dürfte gibt es ja noch nicht so lange ich habe ja sehr viele nischen dürfte ich würde auch nischen dürfte insgesamt vorziehen tue ich auch aber ich habe auch sehr 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 viele designer aber nicht ist so an ein vorbeigegang und die designer brauchen schon ein fernglas wie man in fußball immer so schön sagt ja also und denn sowas zu machen das geht mich in mein kopf weil dennoch die besten runter nehmen obwohl man so schön hinterher hinkt kann ich nicht nachvollziehen ihr wisst ja ich sage das was dafür ist auch real talk hier jetzt mal real talk ein format das muss einfach gesagt werden ich könnte noch viel mehr sagen aber das lassen wir einfach das ist wir fangen erst mal ruhig an und das ist jetzt hier schon wieder und weiß ich nicht komme ich nicht ganz mit zurecht verstehe den sinnlich weil es einfach ein guter duft ist was winter und herbst angeht und vor allen dingen wenn man also ich weiß die verkaufszahlen nicht aber leute alle die frage und alle die diesen kennen sagen immer oder wenn welcher ist der beste amani code ja der profumo das sagen ganz viele und nicht nur in deutschland sondern weltweit so und da ja und deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen aber gut ich bin ich amani und mir gehört amani nicht aber fakt ist dass ich das für ein bisschen komisch halte und nicht ganz verstehe und ich denke mal der wird bald wieder kommen ein jahr ungefähr und dann denkt man meine worte wird bestimmt wieder kommen und dann neue version weil wie gesagt das original wurde ja auch neu gemacht und auch jetzt nochmal als parfüm rausgehauen ich werde das parfüm nicht kaufen ich habe das auto toilet das neue finde ich sehr gut es ist besser als die alte auto toilet version finde ich auch von der hyperkeit ich werde das perfum jetzt nicht testen weil ich will doch nicht so viel doppelt und dreifach hier haben das ist mir alles ich habe extrem viele dürfte hier und irgendwann ist auch mal gut jedenfalls was dieses doppelt und dreifach angeht ich werde das vielleicht mal wenn ich zufällig in der perfümerie bin werde ich das perfümer testen das kann ich machen aber anderweitig werde das wahrscheinlich nicht in meiner ich sage schon wieder wahrscheinlich aber ich werde das nicht in meiner sammlung wandern weil ich bin froh diesen voll und gut wenn man das umdreht ist immer ein bisschen weniger drin aber das ist gut voll und der hier so und so und ja aber schade aber leute wenn ihr bock habt noch auf diese dürfte macht das jetzt schlagt jetzt noch mal zu die auch wenn sie vielleicht teurer sind aber wenn nicht auf jeden fall zu stellen weil sie werden weggehen und ich gehe einfach davon aus dass der profümer wieder kommt aber ich bin ja auch nicht hellseher und weiß es nicht also leute schlag lieber zu weil das sind schon geile dürfte im designer bereich für herbst und winter soll das war es dann wieder für we talk oder mit dem wieder und dann sehen wir uns bald wieder also haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal